Willkommen zu einer neuen Folge von Software-Architektur als Beruf. Wer bist du? Mein Name ist Sarah Lucia, ich bin 23 Jahre alt. Ich arbeite aktuell bei Books IT im Bereich Systemeberatung. Und die offizielle Bezeichnung, was ich gerade hier mache, ich bin Azubi im ersten Lehrjahr für den Bereich Fachinformatiker für Systemintegration. Wie bist du da hingekommen? Wie ich da hingekommen bin, ich hatte schon immer ein großes Interesse an Technik, Computern. Habe mich da aber nie wirklich gesehen. Ich habe lange, lange Zeit beruflich einen Werdegang in Design gehabt. Das heißt lange Zeit, ich bin 23 Jahre alt. Ich habe drei Jahre lang Design gemacht. Habe dann den einen oder anderen eher schrägen Job gehabt, bis ich mich dann dazu entschieden habe, okay, es muss mal wieder was Vernünftiges her. Und irgendwann kamen alle an und meinten, ja, geh doch in IT. Versuch es doch mal mit IT. Und ich dachte mir immer so, ich weiß nicht, ob ich da so wirklich reinpasse. Aber ich habe es probiert. Jetzt bin ich hier und ich bin super glücklich damit. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Was mich daran halt wirklich interessiert hat, ist die Möglichkeit, dass man sich andauernd weiterbilden kann. Man steht nicht irgendwann still. Man muss sich weiterentwickeln. Technik entwickelt sich weiter. Und man hat immer die Möglichkeit, was Neues zu lernen. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Softwarearchitektur selber in meinem beruflichen Leben eine sehr kleine. Klar, Software ist überall. Ich muss sie nutzen, sonst funktioniert mein ganzes Betriebssystem nicht. Aber als Systemintegrator beschäftigst du dich halt weniger mit Programmieren. Wir sind halt wirklich nur dafür da, um höchstens die Fehler von den Programmierern auszubaden und die ganze Software dann auf Hardware zu implementieren und dafür zu sorgen, dass es dann letztendlich auf der Hardware, die wir verkaufen, läuft. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Stimmste berufliche Moment? Ja, im Leben sammelt man da so einige. In dem Bereich mit der Firma hatte ich noch keine wirklich schlimmen Momente. Wo ich selber ein bisschen gucken muss, was man eventuell damit reinbeziehen kann, ist, die ganze Work-Life-Balance kommt in dem Bereich halt manchmal etwas zu kurz. Besonders, wenn man sich in seinem privaten Leben noch mit Technik beschäftigt. Heißt, dann sitzt man zu Hause rum und denkt sich, hm, ich hatte den ganzen Tag dieses Problem. Und man sitzt zu Hause und fängt an zu googeln und googelt und googelt und findet die Lösung und möchte dann natürlich direkt weitermachen. Heißt, berufliches und privates zu trennen, wird da echt schwierig. Allgemein schlimmster beruflicher Moment auch in anderen Branchen ist. Ich habe relativ früh lernen müssen, dass im Beruf nicht jeder dein Freund ist. Auch wenn man auf einer sehr leeren Ebene unterwegs ist und mit allem gut kann und mit allem irgendwie Witze macht. Dein Chef ist nicht dein bester Freund. Und als ich mit 16 angefangen habe zu arbeiten, war mir das noch nicht ganz so präsent. Und das hat dann zu der einen oder anderen unangenehmen Situation geführt, wo dann der Chef wirklich wieder in seine Rolle als Chef zurück musste und ich nicht verstanden habe, warum er sich auf einmal so anders verhält. Lernt man daraus, lernt man später. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Die wichtigste nicht-technische Fähigkeit, die mir in meinem Beruf geholfen hat, ist hauptsächlich, dass ich schon immer in meinem Leben eine sehr schnelle Auffassungsgabe habe. Das hilft besonders in der Ausbildung, weil man sehr schnell auf ein gewisses Level kommt, um mit den vernünftigen Technikern mitzuhalten. Davon abgesehen ist eine sehr wichtige Fähigkeit in dem Beruf das Interesse und die Eigeninitiative, dass man immer hinterher ist, mehr wissen zu wollen und Probleme selbstständig lösen zu können. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Gut, Hauptziel Ausbildung abschließen, so schnell wie möglich. Weil mit meinen uralten 23 Jahren geht mir der Titel Azubi langsam ein bisschen auf die Nerven, auch wenn ich es erst seit einem halben Jahr mache. Davon abgesehen fand ich in dem ganzen Bereich IT, Cyber Security immer sehr interessant. Heißt, wenn ich die Ausbildung durch habe, wäre das durchaus eine Option, mich in der Richtung zu spezialisieren. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Drucker. Nein, es gibt keine wirklichen Einschränkungen. IT ist ein sehr breiter Bereich. IT ist ein Bereich, der sehr viel möglich macht. Und die Einschränkung bist meistens du selbst oder halt der User vor dem PC. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Trink weniger Koffein. Wunderbar. Erster Ratschlag wäre, nur weil du denkst, du passt nicht auf alle Anforderungen von der Bewerbung, lass dich davon nicht abhalten, dich trotzdem auf Sachen zu bewerben. Meistens ist es ein grobes Anforderungsprofil und du musst nicht auf zehn von zehn Kriterien passen. Zweiter Ratschlag wäre, lass dich von deinem Ego, nur weil du denkst, du bist irgendwie besser als irgendwas, nicht davon abhalten, Sachen auszuprobieren. Du bist nicht besser als die andere Person und das wirst du in deinem Leben irgendwann merken, dass auch du an deine Grenzen kommst und daran wachsen kannst. Dritter Ratschlag. Geh mehr raus. Hör auf, dein Leben vor dem PC zu leben, auch wenn das später dein Beruf werden wird. Triff dich mit Leuten, das Leben, fokussier dich nicht darauf, was du machen musst, um in Zukunft glücklich zu sein, sondern fokussier dich mehr darauf, was du aktuell machen kannst, damit du jetzt glücklich bist. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Probiert euch im Leben aus. Wenn ihr denkt, irgendwas könnte was sein, probiert es aus, lasst euch nicht irgendwie in den Berufsweg drängen und lasst euch, steht euch nicht selbst im Weg. Nur weil ihr denkt, okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu alt, um nochmal zu wechseln, ist man nicht. Nur weil ihr denkt, meine Eltern wollen, dass ich Doktor werde oder die Firma von den Eltern übernehme. Musst du nicht, probier dich aus. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Mehr IT.